Hallo, ich bin Florian Notz, Teil des deutschen Skilanglauf-Teams. Wenn man mich fragt, wofür ich stehe oder was mich antreibt, dann ist es die Liebe zum Sport. Oberstdorf ist für mich ein traumhaft schöner Ort. Meine schönste Langlauf-Erinnerung hier im Langlauf-Stadion ist der zwölfte Platz vor drei Jahren im Skiatlon. Ich denke, dass es eine sehr stimmungsvolle ist, dass es eine sehr gute Idee ist.